Mein Name ist Lars Meier und ich habe vor neun Jahren den Verein Mensch Hamburg gegründet und mit diesem Verein haben wir ein Festival initiiert. Keiner kommt, alle machen mit. Ein schöner Traum, der am 12. Mai nicht stattfindet. Wir kommunizieren also ein Festival so, als wenn es es geben würde. Sagen aber bei jeder Gelegenheit, dass es dieses Festival nicht gibt. In dem Eintritt, was dann wiederum eine Spende ist zur Rettung der Hamburger Kultur. Ab 22 Euro ist man dabei. Keiner kommt, aber du kannst helfen. Keiner kommt, alle machen mit. Ist ein Festival, bei dem die Beatles, ABBA, die Ärzte, Rage Against the Machine, Bossel, Johannes Oerding, Revolverheld und viele andere nicht auftreten werden. Wow, sogar die Beatles und die Ärzte kommen nicht. Billy Eilert kommt auch nicht, aber auch nicht. Und die Foo Fighters auch nicht. Oh, cool. Nirvana und Foo Fighters kommen beide nicht. Alle nicht dabei. Ah, das ist irre. Cool, ich will eh nicht kommen. Wir bewerben dieses Festival so, als würde dieses Festival tatsächlich stattfinden. Es hängen in der ganzen Republik demnächst Plakate, wir haben ganz viele Interviews. Die Künstler, die aus Deutschland kommen und diese Aktion unterstützen, unterstützen das durch Social-Media-Einsatz und Interviews. Es gibt ein Festival, das jetzt gerade stattfinden wird und das heißt KeinerKommt.de. Und da kann man 22 Euro spenden für ein Festival, auf das nicht stattfinden wird. Wir kaufen Karten für dieses Festival, wo keiner hingeht, damit wir in ein paar Monate oder in ein paar Wochen alle wieder genau dorthin gehen können. Okay, so I have just seen the line-up for the KeinerKommt Festival and I have to say, I am outranged. I am outranged. The Bloodhound Gang is not anywhere on here. Das größte Musikfestival aller Zeiten in Hamburg. Alle machen mit, keiner geht hin. Wir natürlich auch nicht, Scooter ist auch nicht dabei. Liebe Leute, Kauftaten für das Nicht-Solidaritäts-Festival des Jahres. KeinerKommt, alle machen mit. 22 Euro, www.keinerkommt.de Und dann kriegen wir ganz viel Geld für die Hamburger Kulturzusammenarbeit. Vielen Dank. KeinerKommt und alle machen mit. KeinerKommt. Alle machen mit. Kommst du? Nö. Nö. Wir kommen auch nicht. Keiner geht hin. Du etwa? Ich gehe auf jeden Fall nicht hin, so wie alle. Ihr macht das Beste aus dem besten Netz. Wir sorgen dafür, dass ihr immer dabei sein könnt.